Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist der dezent verwirrte Sam Samuel. Hallo? Wo bin ich hier? Ist das hier noch Realität? So, wir wollten ja zum Ende der letzten Folge, haben wir ja gesagt, dass wir jetzt in diese Luke hinuntersteigen. Und das machen wir jetzt noch. Und wir befinden uns mal ganz schön shoppen. Genau, wir waren übrigens shoppen, deswegen standen wir gerade noch vor der Luke. Ich glaube, in der letzten Folge standen wir sogar schon unten. Das ist ja egal. Jedenfalls waren wir noch shoppen. Wir haben noch ein bisschen was zugelegt. Vorhin der Sam hat ein paar coole Zauber noch gelernt. Ich habe mir noch einen Verteilungszauber zugelegt und einen Angriffszauber. Guck, der Sam kann sich jetzt in einen Stein verwandeln. Ja, das ist mein bester Zauber. Ja, das ist das Beste, was er jetzt mittlerweile kann. Ich habe mir irgendwie so eine Feuerpeitsche geholt, aber die ist eigentlich gar nicht mal so stark. Vorhin sah die weniger spektakulärer aus, wie ich mir dachte. Und Lose hat auch ein paar neue Zauber bekommen. Ich habe hier den Mendusenkopf spendiert. Da kann sie dann irgendwie die Gegner versteinern. Und sie hat noch ein paar Angriffszauber-Fähigkeiten gelernt. Einer davon kostet sogar die blauen Steinchen. Mir fehlt immer die Quellen-Magie-Punkte. Ja gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Gibt es irgendwas? Heilwerbung? Ach komm mal, die Leute sind nicht mehr aggressiv. Stille Beobachter sind scheinbar still. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der hier, das ist ein Fähigkeiten, der ist kein Stiller. Der Magister schlägt dich mit einem Skull. Er scheint bereits immens zufrieden. Und deine Interjektion ist nicht in Beobachtung. Der Magister schlägt dich an dich, als ob du etwas hast, was er einfach in die Stille. Den Schultern zucken und sagen, dass geteiltes Leid halbes Leid ist. Ich werde dich mit meiner Sorge, wenn du nicht dein eigenes Geschäft verhalten hast. Das ist das, was ich wissen möchte. Statt hier mit den silten Dingen. Oh, er mag diese stillen Beobachter nicht scheinbar. Er ist ein Rassist. Der Magister schlägt seine Hände. Eine wunderschöne Gleamme in seinen Augen. Du bist falsch, dann. Ich habe Rumors gehört von... Well, lass uns nur sagen, dass es andere Pläne gibt, wo ich mich bemerkt würde. Mehr als ich bin. In Dritteln. Schau deinen Mund! Wenn du die Stille hörst, hörst du mich? In fact, komm raus! Oh, ist das was? Ja, ich weiß nicht, wollen wir die töten? Oder wir gucken, wir gucken erst mal. Die stillen Beobachter, die kannst du hier nicht reden. Nee, ich wollte das Blast schnacken. Dann beschwert sich dieser Auffüll-Börsen-Typ. Bleib hier, du Auffüll-Börsen-Typ. Bleib hier, du Auffüll-Börsen-Typ. Hm, hm, ah. Guck mal, ist hier sonst noch was? Nichts? Seiner? Hat er was zum Handeln? Nee, hat er auch nicht. Wollen wir ihn einfach rumbringen? Ich weiß nicht. Ich gucke aber, hier in diesen Zellen ist auch nichts Sinnvolles drin. Aber hier ist ja auch immer hier. Ist ja irgendwie ein komischer Fleischbrocken, aber... Gefangenen-Kugel-Steine. Okay, jetzt wird er bestimmt kämpfen. Wieso? Hm. Warum sollte er jetzt kämpfen? Weil ich versucht habe, hier reinzukommen in dieses Ding. Hätte ich auch rein teleportieren können. Hätte aber, sonst ist es weniger Witz. Ja, die haben doch eh, halten doch eh nichts aus wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, er hat Verstärkung genutzt. Irgendwie ein Feigling beträgt er sich erstmal. Ach, du schießt dir safe. Ja, an mich kommen sie nicht ran. Aber ich kann sie beschießen. Ich kann sie beschießen. Das ist das Wichtigste. Das ist die beste Kampfposition ever. Ja. Geht auch der Meinung. Nein, er hat er nicht. Oh. Also, du bist definitiv, äh, ein Hotelmeister-Schütze. Ich verstehe es auch immer nicht. Aber bei diesen Spielen ist es ja leider immer so, dass man Indie gut treffen kann. So, jetzt zeige ich euch mal diese neue Fähigkeit, die Feuerpeitsche. Ja. Das war sie. Es ist leider, äh, nichts, nichts berauschendes. Beschleunigen. Ich glaube der Feuerpeit macht den mehr Schaden. Ne, macht ein bisschen weniger. Trotzdem wirkt er immer effektiver. Oh. Das war die neue Fähigkeit vom Sam. Oder? Mhm. Ja. Geblendetes Strahlen. Oder strahlendes Blenden. Ne, blendendes Strahlen doch. Oh, nicht schlecht, ne? Mhm, ja. Und er hat übrigens seinen Charakter geändert. Der ist jetzt ein dankweiliger Mensch. Ja, das stimmt. Oh. Der Gegner taugen halt allerdings hier. Wie viel neun ist ja wirklich nett. Das stimmt. Ach, dieses Leuchten ist so wunderschön, sieht aus, als wäre ich echt heilig. Bist du's nicht auch? Bisschen. Mhm. Die klassischen Skills bringt's immer noch am besten. Ha, ha, ha. Mach mal den Medusenkopf. Was macht der jetzt? Der kann, äh, 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 ich glaub der versteinert entweder die Gegner, äh, einerseits, äh, die in deiner Nähe stehen und dann hast du noch die zusätzliche und in den Fähigkeiten gegner zu versteinern ja du wirst sie auch die muten gegend versteinert auch praktisch ja hat alles seine vorteile prozent machen wir mal aber bei mutter wahrscheinlich nicht sterben wir da ähnlich aber man ist noch schön schaden machen ja strahler macht drei leben noch ein leben hatte so der schreiber schreiber hat fast und das ist wirklich eine geile fähigkeit das erdbeben so geil ich lieb's ja ich lieb's auch eigentlich müsste ich mir auch noch erdbeben zulegen einfach nur einfach nur dass wir dann wirklich die gegner so richtig ergangen können also praktisch ist auf jeden fall das zweimal zu haben ja das wäre echt sinnvoll was schon alles geflündert ja also die leichen sind geflündert zählt noch irgendwas hinten falls papierbogen hochregendes quell magier dringend gesucht modus zwerg mutmaßliche verbindung zu zwergen verbrechern zusatz freundlich ist das einfach nur leute die gesucht sind 3000 erfahrung nach ein mächtiges erwachen papierbogen brauchen wir nicht übrigens ist unser inventar jetzt etwas geschrumpft dass wir so viel wie möglich loswerden wir haben unsere ausrüstung verbessert deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch 305 magische rüstung aber dafür muss habe ich physische rüstung eingebüßt aber los hat jetzt richtig rüstung 206 physische und 250 magische und deswegen hat glaube ich auch ein bisschen physische das gar zugelegt hast du irgendwie rüstung gekauft war halt einfach nichts da und er sieht immer und sieht nicht mal schlecht auch wenn die rüstung die ich anhabe die wirkt so ein bisschen wie so wie so von einer so ein bisschen klischee von einer frau irgendwie kennst du diese 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 tops hier die dann immer so über die schultern so so eine befestigungsquote haben und dann über den oder quasi wie bei bhs ein bisschen sieht bei ihm auch so ein bisschen aus hier sind so die ketten und eine schöne halskette hat dazu passen zum zur rüstung also also meiner ist schon sehr modebewusst würde ich sagen erstaunlich dass diese verschiedenen rüstungen die ich angelegt habe irgendwie so stimmig übereinstimmen so ich bin schon mal ausgegangen ist nicht überlegen wo wir noch hingehen wollen jetzt eine haus gehen wo dieses kleine mädchen der forum läuft kleines mädchen ich glaube das ist das haus meinst du hier so fängig ging ich denn links in der karte ist so ein pink so ein goldenes fackel symbol ich glaube ich weiß wo du meinst genau da hatte ich mir was gesagt hat man nicht offline quasi so ein mädchen gefunden da könnt ihr nicht rein der meister sich zu hause kennt sie ihn persönlich fragen was sie glaubt wo genau der meister ist ok der meister muss irgendwo am fluss sein gut dass der fluss so kurz ist und so klein das kann nicht geknackt werden auch vorbeugen und die notiz lesen tatort ok kommt man gar nicht rein nicht mal deine knorrigen finger kommen da rein nicht mal die knorrigen finger ist das haus aufgemacht ich würde sagen hier wurde beim essen überfallen weil es erste steht auf dem tisch ja also also ich wäre beim essen nicht aufgestattet und abgehauen ich habe nichts mehr zu kaufen so kann man ruhen aufrüstung anwenden was hast du gefunden das ist der klassiker unter dem bett das ist der klassiker unter dem bett Nach rechts. Ach, aufrechen. Okay, das halten wir. Also wäre ich der Meister, würde ich ja irgendwo eine Anleitung hier hinpacken. Hm, das wird auch nicht sein. Hm, Stern stoppen, ja, wir haben mal mit. Ich habe es jetzt 20 mal nach links drehen lassen, aber es passiert nichts. Scheiß Ding. Ha, so keine Anleitspunkte, jedenfalls nichts, ich sehe jedenfalls keiner. Das heißt, wir kommen da wahrscheinlich, wenn wir nur runter, wenn wir die Meister finden, oder wenn wir es noch hundertmal versuchen. Tja, ich habe also bestimmt schon 50 davon versucht. Ich dachte, vielleicht liegt hier irgendwo ein Buch, was da irgendwie Aufschluss gibt, aber keines der Bücher gibt hier von der Position, wie sie liegen, irgendwie Informationen darüber, ob sie wichtig sind. Liegen einfach nur so da. Ja, ich gucke mal irgendwo, was ich aufgesammelt habe, sinnvoll sein könnte. Ich habe auch nichts aufgesammelt hier. Zuletzt aufgehoben. Ich habe durch Sternenstock gefunden. Immerhin. Ja. War eine kleine Donnerruhe, ne? Hast du gerade ein Buch gelesen, aber was? Ja. Das wäre schön, wenn man die Bücher lesen könnte, ohne sie eins. Ah, jetzt so. Damien, Lucien. Hm, äh, Nacherzählung. Damien zeigen, gleiche Entschlossenheit, Jahre für mich. Ich, äh, ja, habt ihr euch gerettet. Ich finde, dass in deinem Buch eine Schriftrolle soll war. Ach, sehr witzig. Okay, sehr witzig. Hm. Hey, Schriftrolle. Oh, wir können, ich habe gerade ein Rezept gelernt für Schriftrolle der Wiederbelegung. Ah, das war ich, ja. Lagt du in deinem Buch. Ach, das war dein Buch da. Gut, dann können wir Schriftrollen herstellen. Schön, da müssen wir uns um auseinandersetzen, die man Schriftrollen herstellt. Weil ich glaube, mit Schriftrollenherstellung kann man sich auch theoretisch die Fähigkeit der Schriftrolle dann für ein Buch machen. Jetzt habe ich gelesen, dass man so diesen Sporen-Gift-Zauber erlernen kann, angeblich. Hm. Und das wäre nämlich ziemlich cool bei denen. Der war natürlich das Highlight vom Divinity 1. Ist eigentlich eine Treppe nach oben? Das war mir so, dass das Haus in einem zweiten Stock hat. Nee, ist einfach nur ein großes, äh, also echt, also alles kaputt. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mal kurz gucken, ob ich hier auf dem Markt auch noch so ein Buch finde. Für die Erdbeben. Wahrscheinlich bräuchte man einfach jemanden mit viel mehr Stärke damit, dass es mit der Rohenkraft funktioniert. Hä, Sympathie? Das ist bestimmt ein Attributserver. Wieso werde ich angesprochen haben? Ich habe doch nichts geklaut. Ich bin einfach nur lang gelaufen. Du Dieb. Du Dieb. Ist das vielleicht eine verbotene Zone? Nee, ich wollte einfach nur zum Markt laufen. Äh, mal gucken. Ist denn hier Geomant? Nee. Jopp, jopp. Jopp, jopp. Händler Bré. Hier ist auch nichts. Auch kein Geomant. Sind denn hier die Geomantzauber? Hat denn hier überhaupt niemand Geomantzauber? Doch, einer hatte ja Geomantzauber, ja. Der nicht. Oder? Ich glaube, es war der, wo die ganzen Bücher rumlagen. Ähm, was? Oder hat der den Zauber da nur einmal? Ja, es kann natürlich sein, dass der die Heine mehr hat. Geomantzauber sehe ich den. Ich meine, ich habe hier noch hier, äh, Aero Troik. Doch, hier ist Geomant. Das habe ich übersehen. Aber, glaube ich, kein Adweben dabei. Nö. Dann hattest du die schon gekauft. Hm. Aha, zweitens. Hm, kann man nicht schlecht. Was hier noch ist, ist halt irgendwie... ...kriegt auch nichts. Ja, muss ich da später nochmal gucken. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja gut, dann, äh, lass uns zum Fluss gehen. Das hier ist das Meer. Vielleicht irgendwann beim Fluss müsste, müsste ja, müsste dann irgendwie diese Mais rumlaufen. Das ist zumindest der Plan, ja. Wo bist du denn? Ich folge dir. Ah, sehr gut. Du weißt auch, alleine habe ich auch keine Chance gegen die Gegner. Ist das hier ein Schild? Willkommen in Driftwood. Auf geht's. Da ist der Weg. Da ist Meister Siva. Da ist er ja schon. Wir sagen, dass du nicht. Das ist, was du nicht so schlimm hast. Oh, sehr sorry. Für mich zu leben, hast du meine Eternal Ratatitude. Oh, du schuldig. Ja, ich bin ein Ratat. Und du bist ein... ...flick-tongued-skele-skele-skele-skele-skele. Sie nach der Ex-Frage, die haben Galgen hängen. Ja, aber da am Galgen hängt tatsächlich der, den wir suchen. Ach was, wo? Ja, der hängt am Galgen. Oh, die lebt aber noch, wie es aussieht. Ja, noch, ja. Na gut, dann würde ich sagen, sollten wir sie in der nächsten Folge retten. Jo. Deswegen beenden wir an der Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, cheerio. Ciao, ciao.